So, da bin ich wieder und ich schalte mich gleich wieder rein. Ich sehe gerade, hier ist es scheinbar ein riesiges Gebilde mit ganz vielen Steinhütten. Da ist er. Ich hoffe, wir werden etwas besser Neues haben. Was sagt die Karte? Jede Menge sogar. Heißt für mich, dass Grasen wir im Nachhinein ab. Jetzt geht es erst mal weiter mit der Mission. Das. Hey, was? Hey, du kannst füße dich! Fuck! Der Bereich des Himmels untersteht deinem Bar. Die Erde untersteht deiner Führung. Ich weiß nicht, warum ich jetzt noch mal einen Adler suchen soll. Ähm. Er zieht sich jetzt mal in Erkenntnis. Fisch! Geh weg! Wer ist da drin? Niemand! Gar nichts! Da ist sogar noch ein Schatz drin. Darum sind es wahrscheinlich noch... Du bist der Bursche vom Hafen! Zutek! Zutek! Ja! Ich meine... Ich bin ein Nichts! Niemand! Wer bist du? Bajek! Ich... Bitte! Lass mir diese eine Sache. Es gehört meiner Mutter, sie... Deine Eltern sind tot. Ja, deswegen! Und Nofreteta wird keiner mehr etwas antun, wenn ich ihr das hier zurück ins Grab bringe. Wieso tust du es nicht? Mein mieser Onkel hat mir nie verraten, wo es ist. Er ist tot. Möge Re ihn erleuchten. Gib es mir. Ich bringe es zurück. Wieso? Du hast nichts verloren. Nichts? Ich war ein Magi. Ein Ehemann, ein Vater. Ich habe halb Ägypten mit dem Blut derer getränkt, die mir das genommen haben. Alles wegen eines Relikts wie diesem. Nimm es. Nimm es. Ich glaube dir. Was ist denn? Ich erwartete etwas anderes. Du gabst ein Wort. Nofretetes Grab ist westlich des Hauptpfades. Im Tal. Ich dachte, du wüsstest nicht, wo es ist. Das hier ist das Grab ihres Architekten. Ich sitze hier schon eine ganze Weile fest. Ich habe es herausgefunden. Da könnten noch mehr Männer meines Onkels sein. Aber ich kenne einen anderen Weg hinaus. Wirst du dein Wort halten? Werde ich. Was wirst du jetzt tun? Arbeit suchen und Ärger aus dem Weg gehen. Warum fällt es mir so schwer, das zu glauben? Nein. Nein. Ich bin ein Wort. Klassiker. Das geht wirklich nur noch draußen. Sehr erstaunlich. So, dann gucken wir mal hin, wo wir jetzt aktuell hin müssen. Das ist ja wieder eine ganze Ecke weg, heißt also für mich. Ich schalte mich gleich wieder dazu. Bis gleich. So, und im nächsten Gebiet anbekommen, in der Nähe von Krab, der Nofrateke. Das ist natürlich auch eine kleine Person. Gut, schauen wir doch mal, wie wir jetzt hier reinkommen. Bewegung, was los? Das Grab von Königin Nofrateke. Ob noch irgendwas darin ist? Okay. Okay. Nachricht, weiß ich mal nicht. Sehr wichtig. Unterwaschen. Gefühltes Grabien. Der Sarkophag von Königin Nofrateke. Ob sie noch darin ist? Gut. Was klickt, sehr bekannt. So, dann. Hm, dann taue ich mich mal hier rein. Okay. Nein, Kali, dieses Land ist für die Toten. Du hättest nicht kommen dürfen. Scheiße. Mein Lord! Gah! Scheinbar ein neuer Abschnitt. Sieht cool aus. Was ist das? Ist das vielleicht Yaru? Wenn ich das Relikt zum Tempel zurückbringe, wird Nefretetes Geist wieder Ruhe finden. Tatsächlich, hierzu gibt es ne Karte. Ja, wie geil ist das denn? Boah. Au. Okay, hier kann man auch ne Schnellreise hinmachen. Okay. Und ne Quest gibt es hier auch. Ist das abgefahren? Der Hengst des Anubis? Kann man es reiten? Zähmen? clalleatessen ... ... Zähmen? Dieser Ort wird schwer bewacht. Ja, und als Festung war es so gut. Oh Gott. Noch so ein bisschen. Okay, wir haben ja ein Untersuchungsgebiet. Oh ja, kein Sehen gefallen. Dieses Relikt. Es wurde Nofretete gestohlen. Du kannst das nicht zum Tempel bringen. Nicht, wenn die Opfergaben verdorben sind. Sie würden Hathor beleidigen. Was ist verdorben? Das Trankopfer muss rein sein. Im Wasser siehst du dein eigenes Gesicht. Doch im Wein das Herz seines Gartens. Okay, checken wir, ob irgendwie eine Zusatzquest zu sein, die ich gerade angenommen habe. Ne, Herr in der Gnade. Ich bin da in der Gnade. Hier in der Gnade. Ich bin das Schroeder. Nein, das ist alles gut. Doch ich weiß. Ah! 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 Okay, also das wird dann so. Es gibt einen Schein, nur einen Autorenbereich zu machen. Also hier. Wo es hier vorne weiter geht. Ah! Okay. Nein, hier geht es auch nicht weiter. Kommt ihr? Da ist noch einer. Etwas wurde der Pharaonen gestohlen. Ich möchte es zurückbringen. Du gehörst hier nicht her. Dein Fleisch ist unrein, mit Blut besudelt und von Trauer verzehrt. Du kannst Nofratete nicht besänftigen. Ich muss es versuchen. Dann tauche tief in das heilige Wasser ein. Du stehst vor uns. Von allen geliebt. Herren der Gnade. Süß von Liebe. Geliebte des lebenden Atons. Des himmlischen Herrschers. Des einzigen Gottes. Okay. Gebieterin von Ober- und Unterägypten. Also, nochmal. Das Reinigungsritual. Okay, ich muss mich reinigen, bevor ich Einlass bekomme. Das heißt, das muss ich zuerst. Ja. Dann gucken wir nochmal auf die Karte. Und das ist das Ziel. Oh, da hinten. Heißt also wieder, äh, ich hole mein Hottehu und Reit hin und sobald ich da bin, melde ich mich wieder. Ich will mich an dem Wissen, dass du mich zu dir geholt hast, nach Yaru, um dir in den Gefehlten zu dienen.